Das war Javi Hernandez von Barcelona, Fußballer, weiß jeder. Warum? Weil er einfach für mich ein sehr, sehr guter Fußballer ist, ein sehr guter Techniker. Er ist ein Leader, er kann eine Mannschaft führen, er ist ein absoluter Teamplayer, weiß perfekt, wie er seine Mitspieler einzusetzen hat und stellt sich immer in den Dienst des Teams. Für mich war er auch ein großes Vorbild, weil er eben körperlich den anderen auch etwas unterlegen war, was die Körpergröße anbelangt.